1 Willi! 2 Haben Sie ihn gesehen? Im Kellerloch, im Dunkel wachend, blicke ich hinaus aus meinem Fenster hier. Der Wald droht, doch drüber schwebt mein unheimlicher Freund. Entschuldigen Sie. Der Mond. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Lächeln des Antlitz weichen nichts. Ich bin unzulich. Ich bin auch nicht da. Ich bin unzulich. Erst verschwindet ein Tier, ein unschuldiges Tier. Niemand tut etwas, alle verschließen ihr Herz. Wir müssen uns fragen, wem trifft es als nächstes? Vielleicht wusste er ja gar nicht über den Zaun. Sie will. Es war immer das im Haus. Anna, hättest du sie gerne als Nachbarn, wenn es dein Stockwerk wäre? Wir lächeln. Wir scherzen. Wir gießen die Blumen. Wir sind lebenswerte Nachbarn. Sind Sie Mutter? Ja. Dann wissen Sie doch noch, wie es ist, da draußen ein Kind großzuziehen. Insgesamt schienen Sie mir angespannt. Er schien verzweifelt. Wir trinken nur zu besonderen Anlässen und dann nur aus ganz kleinen Gläsern. Sehen Sie sich ihn an. »Ich mache mich, wenn sie Englisch war.« »Ich mache immer. Ich bin für ein Gesicht.« »Ich mache, wenn es nicht nur ganz toll ist.« »Ich habe es nicht.« »Ich mache jetzt einfach.« »Ieine, »Song« Stimmen Sie sich also schon mal ein und wir sehen uns gleich. Es wird ein großer Spaß.